So, jetzt sind wir schon hier bei der Praxis. Es ist Viertel vor acht und jetzt müssen wir warten über ein kleines Mäuschen. Morgen. Kleine Maus, du. Ja, mein Schatz, jetzt sind wir schon hier. Jetzt warten wir mal ab, was wir machen können. Guck mal die Daumen. Ich liebe dich, mein Schatz. Okay. Ein kleines Mäuschen, du. Ja, alles gut. Komm mal schon, pippisch.